was ist das hier das ist so geil die hat mir maske gemacht wir gucken wir nicht haben wir sind jetzt gerade an so gut freut mich für dich aber dann störe ich euch nicht nein das hat so gut funktioniert mit dem gedicht da war ein bisschen das sein das war es wird wieder raus ich bin sogar ein schön date gemacht gegessen wie läuft das normalerweise was will die frau sie will dass du scheiße aussiehst dass ich keine anderen frauen wollen und jetzt guck alter wir haben schön date gemacht gegessen die hat zwar mit maske gemacht ich merke richtig dass die mich liebt man meine frauen haben mich so gekümmert ich sage dir eine sache liebe ist wie ananas das luxus in der heutigen zeit wo jeder sein wie es macht jeder achtet nur noch auf sich weiß es geht nur noch um einen selber instagram facebook jeder macht guckt nur von sich wie er aussieht um sich am besten zu verkaufen das liebe mein höchstes gut in unserer gesellschaft und das ist schwierig zu bekommen man muss sich diese liebe verdienen wenn du die liebe verdienen kannst dann bist du einfach ja das stimmt aber was wenn ich nie so ein alpha wie du weißt du was das bringt nichts rum zu heulen macht dir was gutes weil setzt dich hier macht dir einen tee kauf dir einen schönen pullover oder sowas warum zu holen bringt nichts bleibt weißt du wo das endet guckt schön die doku hat das schon geil muss ich mal ich habe extra test account gemacht mache ich immer ich gehe wieder rein skype und weiß ein bisschen auch aufmerksam gemacht dann gleich störe bürg gleich störe bürg